Man läuft schon! Ja, wenn du möchtest, lass das ankommen. Heiko, was machst du? Eigentlich erklärt, wie soll es sein? Das ist eins von den sinnvollsten Wegen, seine Zeit zu schenken und so eine Weiterbildung zu machen. Das hat mich als Mensch unheimlich nach vorne gebracht. Und ich bin sehr dankbar dafür, sonst würde ich nicht hier sitzen und das an. Hi, ich bin der Heiko, ich bin 44 Jahre alt. Wie bin ich zum IPE gekommen? Ja, ganz einfach. Ich habe in meiner ganzen Karriere viele Techniken gelernt, so im Management und so weiter. Da habe ich immer gedacht, wie kann ich das mal meinen Kindern beibringen? Weil das wäre eigentlich ganz super, wenn die das wissen würden. Und dann, wie alle, habe ich mich mal rumgehört, ein bisschen Internet geschaut. Und dann habe ich einfach mal angerufen und war sofort begeistert und habe mir gesagt, jawohl, das möchte ich machen, das möchte ich lernen. Und super, für mich einwandfrei. Am Anfang habe ich die Methoden so gehört, wie sie vorgestellt worden sind. Und dann sitze ich natürlich da und denke, bei mir ist doch alles okay. Ein von denen mal dran. Und dann sehe ich das Demo und denke immer noch, bis ich dann der Klient bin oder der Coachie bin und merke, Mensch, das haut mich ja richtig um, da ist ja richtig was. Super, löst etwas in mir. Was ist es, was mich am meisten begeistert hat? Ist natürlich IRD, einwandfrei, das Winken und das Tappen. Endlich eine Blockade zu lösen. Endlich mal das Gewicht ablegen zu können. Super. Die Seminare hier sind sehr begeisternd, sehr intensiv. Die Konzentration ist aber immer da, die Aufmerksamkeit ist immer da. Und da ist kein einziger Wunsch, der quasi ungedeckt bleibt. Sei es von den Bedürfnissen her, ob ich einen Kaffee trinken möchte, ob jemand eine Pause braucht. Als ob alles gedeckt ist und die Art, wie der Daniel das macht, das musst du einfach erleben.